Tja! Hey! Hey, was ist los? Ärger mit deiner neuen besten Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Sie ist meine Lehrerin. Aber hey, den Mann hast du noch Freunde. Uns. Das ist was anderes. Eine beste Freundin ist jemand, mit der man stundenlang Haare kämmen, tonnenweise Schokolade futtern und dabei einen Mädchenfilm nach dem anderen schauen kann. Verstehst du? Nee, leider nicht. Jetzt mal... Hallo? Du hast sie echt nicht mehr alle. Hier steht eine neue beste Freundin. Ich mach mir einen Spinner.